Ein wunderschönen guten Tag! Willkommen zur nächsten Runde WWGZE mit der Hörfi Crazy.de Guten Tag! Crazy.de, cool! Ah, warte, das ist unsere E-Mail-Adresse, weißt du? Ganz schön lang, würde ich sagen, oder? Virus Videos Adresse Das ist schon wieder Ladebalken, ne? Na gut, alte Ladebalken Ladebalken von Dead by Daylight, der ist krass, gefürchtet, der könnte das Spiel abschmieren, das könnte aber auch laden Ja, so ist es Haben Sie einen Ladebalken? Man könnte ja, wenn Sie ein... Das ist irgendwas Interessantes im Ladebalken, aber... Hi, ich würde mal begrüßen, hi, hi, mein Name ist... Warum sollte man ein Clip abspielen? Oh, die möchte nicht hin Und was ist die große? Ach, Virus geht hinter mir Wird der Penner auch noch stehen, ey Erster Ja Zweiter Ja Ein Dritter Ich weiß gar nicht, worum es geht Gin Genau Achso Guck mal, die können sich hier einen Caesar-Teppich leisten, was? Die Scheißdinger sind auch teuer, ey Ja Moderner Caesar-Teppich bei Dead by Daylight, ja genau Ja Ja Rich halt Die alten Häuser sind alle im Rich Ich werde es mal einen So-Tanker machen Ich will, damit man vielleicht gleich direkt zu uns kommen Ein Oversize-Teppich Was ist denn das für ein Keller hier? Wie richtig hieß denn der? Hm, ein bisschen langweilig hier Ich geh runter Oh, es ist äh, Leatherface Ah, Leatherface Eine Maske Woh aus Wenn sie hier auf der Haftstraße? Der Generator dann kommt zurück Ja, ich komme auch schon Ich habe n bisschen nichts gefunden Ja, es ist Freddy Von wegen Leatherface Michael Undgets eher an wie Michael Ja, der hat auch eine Leatherpasche Könntest Du jetzt sagen, dieses ist Cream, oder? Er hat auch eine Ledermaske auf, von daher, eine echte Ledermaske, ja, man ey, und ich krieg einen Schlag ab, ich glaub, das war der Generator, sucht hier aber noch, ach, jawoll, wer ist schuld, crazy, warum ich, der Typ, der war schuld, ja, der Gen war fertig, ich mach grad schon einen, crazy, ich mach jetzt einen Generator fertig, komm mal hier hin und rechts davon weg, glaub ich, oh, der hat sich auch gerade schwer rüber geschielt, ey, ja, ich muss mal wieder vom Keller raus, Achtung, der Kinder ist in Richtung unterwegs, zum Keller? Da, wo der Generator hochging, tock der Glück, Ach, Virus, hängt ja schon wieder mit den, ohin, A-A-A-A-A-A-A-A-A Ja, crazy, du bist so blind wie so ein Maulwurf, ey, ich habe, man, jetzt sieht mich doch nicht, da, weiß ich, wie, mache ich, machst das Generator, Ich hänge erst zum ersten Mal, rechts von mir, hinterm Stein, immer noch rechts von mir, beim Auto, geht jetzt ins Haus, ist ins Haus gegangen, er ist weg. Hinter mir, hau weg, hau weg, in die falsche Richtung, da kommt doch der Killer weg. Ne, 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 ne. А 나와 schmacken, sage ich, rauf rauf rauf, nicht zu mir, nicht zu mir, Danke. Derệp macht einen, 1972. Er geht zurück, er geht zurück, er suchet jemanden, oder er geht zum generator. Geht ihr zum Cj Zack, ho Criminal zu mir, ich leg mich gleich in die Palette. Ja, verrat doch noch die Position, du dumme Nuss. Ja, dann bleib halt liegen, mir auch egal. Wer hat dich gesehen? Wenn du nicht so das Fenster sprechst, lass deine Position verraten, lass das doch. Wieso musst du denn knallen lassen? Willst du dich wieder aufladen, du Bauernsohn? Ja, sie will aufladen. Die Brindel-Schild. Diese Dreckskrele. Krä, krä, krä. Oh, die Palette kaputt. Wer ist das hier? Okay, das ist die andere. Pass auf, die ist sehr schlecht. Die lass gern knallen. Ja und das ist auch noch ein Generator. Ein Doppelkeller. Ja, das mach ich doch auch. Nein, da ist es ein ganz anderer Keller. Nee, den Generator knallen, meine ich. Jetzt sind wir noch bei mir. Dort aufhören, knallen zu lassen. So ne Fähigkeit... Komm hier, komm hier, komm hier, lass mich dich heilen. Ja, warte ein bisschen. Mach mal erstmal fertig, das Ding. Jetzt lass mich heilen. Von dem Generator aus... Ja, je nachdem wie ihr dran seid. Ich bin auf der anderen Seite. Da ist... Hey, hey, hey. Unten im Keller ist einer. Für drei Personen, also hier ist noch zwei. Ein Doppelkeller, wo die zwei Treppen sind, wisst ihr? Nee, ich seh schon. Ich komm hier schon. Ich komm hier schon. Ich komm hier schon. Ah, jawoll. Träsi, super. Ich laufe schon mal zum ganz großen ausrechter Ausland. Wow! Killer war hier! Killer Ding Dong! Ahhhh! Der wird wieder aufgeladen! Ist der denn noch fertig? Oh! 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 Du blöd! Man muss ja auch noch da bleiben wieder, ey! Der war fast Ferdi! Ich wüsste, du kommst denn wieder runter im Keller! Ja, ich muss ja da spielen mit dem, äh, mit dem Hotspot da! Was glaubst du denn? Ja, ich glaub Nerfie ist auch unterwegs mit, mit so einer, äh, Medikoffer, ne? Ja. Ja. Ja, ich hab dich gesehen, wie du da vorbeigeschlichen bist. Mach den Scheiß schon fertig! Ja, wenn er jetzt runter geht, hey! Der geht hier runter wieder! Oh! Und jetzt ab! Er ist bei mir! Ja, genau! Er wischt mich wieder! Ich war schon lange durchs Fenster, aber egal! Er kommt zu mir runter in den Keller! 300 Meter Fenster! Hey! Du musst da weg! Denn er hat doch nur kurz antippen und dann da weg! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Der rennt rechts weg! Am Haus vorbei! Nutz die Paletten im Spot! Zurück, crazy! Zurück, zurück, zurück! Peter, er ist heil! Ja, dann laufst du deiner Liste gleich auf wieder! Viel Spaß! Wo geht's denn da runter? Hab schon wieder vergessen! Schau du, Bauer! Hoho! Hoho, weg hier! Ja, er ist hinter dir, ja? Hinter mir? Ja, sie macht den Generator! Zieh ihn! Was mach ich ihm, glaubst? Na, sie wollen Eierschaukeln! Immer! Ja! Nur wie euch! Immer noch ein Artebronn! Ich bin bei Nerf in der Nähe, ja? Wieso hab ich ihm eigentlich immer das Glück mit diesem komischen Kranz um mir? Der sieht jedenfalls aus! Wo ist er denn? Er läuft zum kleinen Haus! Zu dir! Ja, ja, ich weiß! Virus, häng mich ab, bitte schnell! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Ja! Hä? 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 Disconnect oder was? Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich auch nicht bewegen! Ich kann mich auch nicht bewegen! Ich häng fest! Im Schrank! Wir können auch nicht weg! Wir können uns nicht bewegen! Er ist gerade an uns vorbeigelaufen! Ja! Aber er kann noch laufen! Okay! Äh, Disconnect! Das ist doch okay! Ich bin scheuer! Ich bin scheuer! Zigeuner! Gibt's ja die Texans Eintopf! Sind ja auch Zigeuner, oder? Disconnected! Hammer! Und da sind das Texaner! Und fast mal! Nur weil er fast verloren hat! What the fuck! Das war doch mal eine gute Runde, Mensch! Guck mal, der hat... Ach, ein Perk! Die arme Sau! Ja, Freunde! Schön! Überçekten mal wieder keine EP! Wir sehen uns bis zum nächsten mal! Bub doo Bub – Bub – Bub Bub – Bub bub – Bub – BBM Möx – BBM Möx – BBM Dir ist ja auch noch weiter... BBM